Wir kommen zum Schluss. Ich möchte es nochmal einfach zusammenfassen, was in unserem Herzen ist. Es wurde verschiedentlich gesagt, man kann es nicht genug festmachen. Die Welt muss verändert werden, aber nicht mit Terror. Ich persönlich habe herausgefunden, was der Grund ist für unsere Verfolgung. Das ist ein ganz einfacher. Jeden Tag, wenn du Nachrichten hörst, wenn du siehst, wie sich die ganze Weltlage entwickelt und die roten Fäden suchst, das heisst das Terrormuster untersuchst, dann wirst du herausfinden, das wurde schon vor über 100 Jahren schriftlich niedergelegt, wie man die Welt erobert. Es gibt ein Chaos-Management. Das siehst du auch bei der ganzen Flüchtlingsproblematik. Mit Kla.tv haben wir viele Sendungen darüber gemacht, nachgewiesen, dass die Flüchtlingswelle ein Chaos, ein Terrormanagement ist. Das hat nichts damit zu tun, was uns in den Medien vorgegaukelt wird. Es ist ein gezieltes Chaos, weil der Plan lautet, aus dem Chaos Ordnung schaffen. Und da sind wir ihnen in die Parade gefahren. Das heisst, die Leute, die wirklich an der Weltherrschaft interessiert sind, die sich schon in allen Ländern, in allen politischen Hintergründen, in allen wirtschaftlichen Kreisen festgesetzt haben, die sehen, da die kleine Familie Sasek daherkommen, die Harmonie bringen. Das ist das Konträre zu Chaos-Management. Versteht ihr das? Meine Kinder, unsere Kinder waren so kleine Orgelpfeife. Wir hatten erst ein paar davon, sechs, sieben, ich weiss nicht, wir haben gesungen als kleine Familie und dann sind die Medien auf uns losgekommen, schon damals. Und ich habe nie verstanden, warum. Aber sie haben gesehen, überall, weil wir gesungen haben, haben sich nachher Menschen bekehrt, kamen Familien in Ordnung und dann machen wir gratis Drogenarbeit, psychisch Leidende. Da sind wir mit der ganzen Pharma zusammengeprallt. Da sind wir mit dem Chaos-Management auf allen Ebenen unseres Wirkens zusammengeprallt. Wir haben Seminare gemacht, Christen vereinigt. Alles, was geteilt wurde durch Teile- und Herrschestrategie, haben wir schon als ganz junge Blut, junge Christen haben wir zusammengeführt. Und es hat funktioniert. Wir haben über 100 Denominationen zusammengeführt. Die Menschen darin, nicht die Päpste oben drin. Also egal, was wir taten. Und darum hat die Verfolgung so früh angefangen. Wir haben ohne Geld gearbeitet. Und die Leute machen Geld. Und die Leute möchten das elektronische Geld, dass du 100% steuerbar haben willst. Wir haben von Anfang an seit 35 Jahren, dienen wir ohne Geld. Machen alles gratis. Also du kannst unseren Dienst studieren, egal was wir tun, das tun wir seit 35 Jahren. Es geht alles gegen diese Menschen, die das Chaos-Management als Mittel zur Weltherrschaft erwählt haben. Wir fahren in die Parade, wie es so schön gesagt wurde. Und da möchten wir weitermachen damit. Seid ihr dabei? Ja, ja. Wir haben diese Umfrage bewusst anonym gestaltet, damit du wirklich frei dein Kreuzchen machen kannst. Soll eine Serie daraus werden, soll es nächste Folgen geben. Weil Themen gibt es viele. Mein Argument, warum ich weitermachen würde gerne, das Hauptargument ist, wir verändern die Welt singend. Das ist besser als mit Gewehren, versteht ihr? Aber es ist eine stärkere Waffe als Gewehre. Stärkere Waffe als Raketen, versteht ihr? Ja. Das wäre mein Argument dafür. Weil wir machen es auch so. Seit je singen wir. Wir haben hunderte von Liedern, die haben wir heute noch nicht mal erwähnt in dieser Liste. Hunderte von Liedern, tausende mittlerweile. Viele Lieder. Und dadurch haben wir so viel Veränderung sehen können, wie Menschen verändert werden. Und man kann das immer auf eine liebliche Art, wir sagen, durch Sieg der Herrlichkeit kann man die Welt verändern. Wenn wir das nicht tun, verbitten wir. Wenn wir das nur in ernster Aufklärung, in Boykotten, Aufrufen oder Demonstrationen, das funktioniert nicht. Wir müssen die Menschen von innen verändern. Das wäre mein Argument, warum ich ein Ja hin machen würde. Aber ich sage es offen, ihr dürft ein Nein machen, da ist niemand gekränkt. Ich möchte nur spüren, kommt das wirklich in der Mehrheit an? Das ist nicht Demokratie eigentlich, aber einfach sachlich sich dem stellen, wie hat das gewirkt? Wir sind jederzeit genauso freudig, wieder was Neues zu machen und spielt das eigentlich gar keine Rolle. Aber ich möchte das tun, was effizient ist. Und hier sehe ich die Möglichkeit, diesen Bedarf, diesen Aufklärungsbedarf in einer lieblichen Art mit dieser wunderbaren Crew zusammen weiter zu verarbeiten. Ich habe mich verliebt in die Leute, muss ich sagen, schon in den ersten Drehtagen sind wunderbare Leute, wunderbare Teams. Überhaupt, ihr alle seid wunderbar, ihr habt das gesehen. Abspannend alles. Da kannst du nur den ganzen Tag Gott Danke sagen für so viele wunderbare Menschen. Jetzt das Letzte, wir möchten gratis bleiben. Ihr habt gesehen, gratis Kino, auch das fährt den Herrn des Weltchaos stark in die Parade. Wir beweisen mit Kla.TV, wir haben jetzt seit 2012, muss ich genau sagen, haben wir über 9400 Sendungen produziert, gratis und franco. Wir beweisen damit der Welt, dass man das auch ohne Geld machen kann, damit die Zwangsfinanzierung dieser Medien, die alle oben in einer Hand zusammenlaufen, dass das rivalisiert wird, dass die Menschen, die Völker realisieren, sie geben Milliarden jährlich ab. Deutschland viele Milliarden, wir in der Schweiz Milliarden, überall für die Menschen, die das Ganze ins Chaos reinführen, die Kriegstreiber sind im Höchstgrad. Und wir beweisen, das kann man ganz gut auch nebenberuflich machen. Also dort, wo der Kater 17 Uhr aufhört, da beginnen wir erst und kommen aber gerade von der Arbeit, versteht ihr? 17, 18 Uhr ist der Start, wo wir freiwillig, ehrenamtlich diese ganze Kla.TV-Arbeit machen, S&G-Arbeit und alles andere, was wir machen, geht immer wieder bis spät in die Nacht rein. Und je mehr wir werden, desto mehr können wir da die Zeit auch aufteilen, wie so ein Schaufelrad. Und darum laden wir alle herzlich ein, euch, die hier seid, euch alle zu Hause in all den Ländern, hinter dem Bildschirm. Wir können mit Jung und Alt, mit Laien und Profis zusammenarbeiten. Je mehr Schultern hier kommen, desto mehr können die Einzelnen mal früher ins Bett. Und ich sage euch, das haben wir nötig. Wir sind immer so am Rand des Zusammenbruchs, weil das kostet sehr viel, sehr, sehr viel Energie. Aber ihr seid jetzt hier, wir haben unsere Appelle gemacht, wir warten auf euch. Fühlt euch aber frei, müsst dort sein, wo ihr Herz schlägt. Nur mit ganzem Herzen kommen wir hier durch. So, das war es, ihr Lieben. Wir sagen mit anderen Worten, wir lieben euch. Eine andere Form davon, die Praxis, dieser Tag, alles machen wir, um die Welt zu verändern, von innen her, um miteinander in eins vereint, vereint, viel eint zu werden. Danke, dass ihr da wart. Kommt wieder gut nach Hause und wir sehen uns irgendwann wieder. Danke.